hallo herzlich willkommen während ich kurz erkläre was ich hier zeigt dürft ihr euch unseren bus anschauen den hohen kleiderschrank im t3 vesti fand ich noch nie praktisch man kann da eigentlich nur beutel kleine taschen auf das bettzeug rein stopfen und da muss auch immer noch der tisch aus dem weg wir haben wir zwei tage vor unserem frankreich urlaub noch schnell folgenden plan umgesetzt der hohe kleiderschrank wird seitlich im kofferraum ein schrank mit regalbrettern und einer neuen passenden tür hinter die hohe tür beim tisch kommt ein 10 cm tiefes regal für zeitschriften bücher gewürze und irgendwelchen kleinkram das alles im passenden vestalia farbton dank unserer aktiven t3 teile das muss man wirklich mal sagen die maße für den ausschnitt und die regalbretter und die zwischenwand die habe ich natürlich noch die stelle ich mal in die beschreibung die regalböden habe ich mir gleich im baumarkt so zuschneiden lassen so Untertitelung. BR 2018 Zum Urlaub wurde die Tür nicht fertig, aber auch schon als Regal. Neben dem anderen Schrank hat es viel besser geklappt mit den Klamotten. Die Tür kommt dann im Frühjahr dran, die Teile liegen schon im Keller. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit eurem Bus und beim Basteln. Bis dann! Untertitelung. BR 2018